Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Invietler Erdtäpfel-Rindfleisch-Gulasch. Die vegetarische Form als Erdtäpfel-Gulasch, Kartoffel-Gulasch, ein klassisches Gericht der österreichischen Küche, wird bei diesem Rezept zusätzlich mit Rindfleisch angereichert. So wie hier wird das Invietler Erdtäpfel-Rindfleisch-Gulasch seit Jahrzehnten im oberösterreichischen Innviertel zubereitet und schmeckt immer wieder gut. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Halbe Kilogramm festkochende Kartoffeln ZB, Ditter, Linder, Sieglinde, Selma und so weiter. Viertel Kilogramm Zwiebel, halbe Kilogramm Rindergulaschfleisch ZB, Rinderschulter, Linder, Sieglinde, Selma und so weiter. Drei bis vier Knoblauchzehen. Je eine grüne und gelbe Kilogramm Paprika. Gestrichener Esslöffel Weizenmehl Type 405 zum Stauben. Fünf vollreife Tomaten. Ein Esslöffel Tomatenmark. Viertel Liter guten Rotwein z.B. Bordeaux oder Chardonnay. Halbe Eins Rinderbrühe, ersatzweise Hühnerbrühe, Gemüsebrühe oder ein Brühwürfel und Wasser. Ein Teelöffel gemahlener Kümmel. Ein Teelöffel Majoran, Thymian, Salbei und so weiter je nach Geschmack. 200 ml Sauerrahm, Schmand oder Creme fraîsch. Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Garnitur Frisch gehackte, glatte Petersilie. Weitere Zutaten Vier Esslöffel gutes Sonnenblumen, Maiskaimühl oder Rapsöl. Frisch gemahlenen Muskat, Salz aus der Mühle, Pfeffer aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage, Sparschäler, Messer, Schneidebrett, Küchenpapier, Topf, Pfannenwänder, Muskat oder Küchenreibe. Zubereitung Vorbereitung Die Zwiebeln sowie den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Rindfleisch waschen, trocken tupfen, von Haut sowie Sehnen befreien, siehe auch parieren und in etwa 2 cm große Würfel schneiden. Den Majoran waschen, gut trocken schütteln und fein hacken. Die Paprikaschoten sowie Tomaten waschen. Bei den Paprikaschoten die Kerne, bei den Tomaten den Strunk entfernen und beide Gemüsesorten kleinwürfelig schneiden. Die Kartoffeln schälen, waschen und je nach Große in Viertel oder Achtel schneiden. Erdtäpfel-Rindfleisch-Gulasch Das Öl im Topf erhitzen. Die Zwiebelwürfel zugeben und für etwa 5 Minuten glasig andünsten. Dann das Rindfleisch zugeben und mit dem Mehl stauben. Das Tomatenmark zugeben und das Fleisch von allen Seiten für etwa 5 Minuten gut anbraten. Dabei darauf achten, dass das Tomatenmark, eventuell am Rand des Topfes, schön Farbe annimmt. Den Knoblauch zugeben, mit dem Paprikapulver stauben und noch kurz mitbraten lassen. Dann mit dem Rotwein ablöschen und mit der Brühe aufgießen. Die Tomaten sowie Paprikawürfel und den Kümmel zugeben. Das Gulasch aufkochen lassen und zugedeckt für etwa eine Stunde köcheln. Danach die Kartoffelspalten sowie den Majoran zugeben und für etwa halbe Stunde gar kochen. Fertigstellung Zum Schluss das gar gekochte Erdhäpfel-Rindfleisch-Gulasch mit Salz, Pfeffer sowie Muskat abschmecken. Das Gericht am besten in kleinen vorgewärmten Stielkasserollen portionsweise anrichten. Mit etwas frisch gehackter Petersilie garnieren und sofort noch heiß zur Beilage nach Wahl servieren. Als Beilagen eignen sich Ein herzhaftes, würziges Bauernbrot, Landbrot, aber auch Baguette, Ciabatta, Pide, Weißbrot oder Toastbrot. Salate je nach Geschmack und Saison. Diese Varianten gibt es. Das Gulasch zusätzlich oder mit anderen Gewürzen wie Thymian, Petersilie und so weiter abschmecken. Zusätzlich oder andere Gemüsesorten oder auch Pilze je nach Saison verwenden. Für mehr Schärfe das Gulasch mit frisch gehacktem Chilischoten oder Tabasco würzen. Das Gulasch mit Croutons garnieren. Tupfercreme Fresh, Sauerrahm, Schmand oder Schlagsahne dazu reichen. Anstatt Rindergulaschfleisch passt auch hervorragend Kalbfleisch, Schweinefleisch oder Geflügelfleisch nach Wahl. Dabei die verschiedenen Garzeiten beachten. Erdhäpfel-Gulasch